Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht und nicht in unsere kaputten Straßen und Brücken? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die ganzen Schulden bezahlen soll, die unsere Politiker am Anhäufen? Unsere Kinder etwa? Haben Sie sich schon mal gefragt, wie wir als Familie die ständig steigenden Stromrechnungen bezahlen sollen? Unser Land geht vor. Geben Sie Deutschland eine Alternative. Am 22. September Ihre Zweitstimme für die AfD.